Meditation für jeden Tag Ich freue mich von Herzen, dass Du heute mit dabei bist bei unserer gemeinsamen Meditation, in der es darum geht, dass Du Deinen Kopf wunderbar entspannst. Und ich wünsche Dir von Herzen viel Freude beim Meditieren. Such Dir einen Ort, an dem Du Dich wohlfühlst und für ein paar Momente entspannen kannst. Und dann lass uns beginnen. Lass uns mit Deiner Meditation beginnen und Deinen Kopf ganz wunderbar entspannen. Und dazu komm jetzt dort an, wo Du gerade bist, einfach dort, wo Du jetzt meditieren möchtest. Und egal, ob Du sitzt oder liegst, mach es Dir in Deiner Haltung etwas bequem. Falls Sie noch offen sind, kannst Du Deine Augen gern stießen und dann einmal tief einatmen und vollständig wieder ausatmen. Und dann lass Deinen Atem wieder ganz von allein fließen. und komm mit jedem Atemzug mehr und mehr im Hier und Jetzt an. Und dann spüre nun einmal Deinen Kopf. Und wie fühlt er sich an in diesem Moment? Und dann fühle in Deine Augen hinein. Deine Augen sind so viel beschäftigt, den ganzen Tag lang. Und dann spüre einmal, wie gut es sich anfühlen kann, dass Deine Augen nun geschlossen sind und sich ausruhen dürfen. und entspanne einmal ganz bewusst Deine Augen und die vielen Muskeln, die sie umgeben. Deine Augenlider sind sanft geschlossen. Und die vielen kleinen Muskeln um Deine Augen herum, sie dürfen jetzt ganz weich werden. Den ganzen Tag über sind die Muskeln um Deine Augen herum beschäftigt. durch das Öffnen und Schließen Deine Augen, durch das Blinzeln und durch Deine Mimik. Und nun dürfen Sie sich einmal entspannen. Fühle einmal, wie gut sich das anfühlt. Und dann lasse ich diese Entspannung weiter ausbreiten. Nach oben, von Deinen Augenbrauen bis zu Deinem Haaransatz. Und spüre, wie sich Deine Stirn glättet. Und die Partie zwischen Deinen Augenbrauen. Du kannst Dir vorstellen, wie eine kühle und glatte Wasseroberfläche auf Deiner Stirn entsteht. Dort, wo eben gerade vielleicht noch der See aufgewühlt war vom Sturm, wird er nun glatt und ruhig und entspannt. All die kleinen Muskeln auf Deiner Stirn lassen los. Und sie glättet sich. Nimm einen tiefen Atemzug. Und dann lass die Entspannung weiter hinunter gleiten. Von der Mitte Deiner Stirn bis hin nackt zu Deiner Nase. Und auch Deine Nase ist beschäftigt Tag ein, Tag aus. Die vielen Gerüche, die sie wahrnimmt. Und die Signale, die sie weiterleitet an Dein Gehirn. Und gib Deiner Nase für ein paar Momente auch immer eine bewusste Pause. Spür, wie die Luft, während Du ein- und ausatmest, sie an Deinen Nasenlöchern von innen sanft streichelt. Und entspanne Deiner Nase. Entspanne auch Deinen Kinn. Und dann lass Deinen Kiefer ganz und gar locker. Und wenn Du magst, dann kannst Du ihn einmal ganz sanft hin- und herbewegen. Und ihn dann in einer Position lassen, die sich für Dich gut anfühlt. Vielleicht möchte sich Dein Mund dabei etwas öffnen. Und Deine Zunge etwas lockern. Dein Mund und Deine Zunge, sie reden und essen und küssen. Nach nun ist es Ihre Aufgabe, einfach einmal nichts zu tun. Nimm einen tiefen Atemzug. Und dann spüre einmal, wie wunderbar entspannt sich Dein Gesicht nun anfühlt. Nun lass sich die Entspannung weiter nach rechts und links über Deine Ohren ausbreiten. Deine Ohren, die für Dich hören. Auch sie dürfen sich entspannen. Auch sie dürfen sich entspannen. Lass sich Deine Kopfhaut entspannen. ganz angenehm. Und lass sich die Entspannung ausbreiten bis in Deinen Nacken hinein. Und dann spüre auch nochmal dort ganz intensiv, wie Du loslässt. Muskel um Muskel wird locker und weich. Spüre die Weite und die Weichheit. Atme tief ein, tief aus und lass sich die Entspannung noch einmal verdoppeln. Dann erlaube auch Deinen Gedanken in Deinem Kopf zur Ruhe zu kommen. Es gibt gerade nichts für sie zu tun. Und wenn Gedanken kommen, darfst Du sie einfach aufsteigen und wieder fortziehen lassen. Die Entspannung, die sich in Deinem Kopf, Deinem Gesicht und in Deinem Nacken ausbreitet. Die fühlt sich so gut an. Nun, Du darfst sie noch für ein paar Augenblicke genießen. Mit jedem Ein- und mit jedem Ausatmen breitet sie sich noch ein kleines Stück weiter aus. Mit jedem Klang der Musik, den Du hörst, wird sie noch angenehmer und noch wohltuender. Genieße noch für eine Minute diese wohltuende Ruhe und entspanne dabei. und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt langsam darauf vorbereiten, deine Meditation gleich zu beenden. Und dazu lass deinen Atem nun wieder etwas tiefer werden und atme mit dem Sauerstoff Kraft und Klarheit in dich ein. Und wenn du magst, dann dehne dich und strecke dich etwas, bring Bewegung in deinen Körper. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Atme tief ein und aus. Und wenn du dann soweit bist, dann öffne deine Augen. So, so schön, dass du mit dabei warst. Und ich hoffe, dir geht es gut und du fühlst dich jetzt wunderbar entspannt. Wenn dir die Meditation gut getan hat und sie dir gefallen hat, dann freue ich mich riesig, riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und natürlich wünsche ich dir auch noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Meditation. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Paulina.